Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Monster World Iceborne. Ja, ich sitze hier gerade in der Küche und gucke mal nach diesem Felinen Sicherer. Ich habe das Gericht nicht. Ich habe das nicht. Das heißt, ich kann das auch nicht, wie gesagt, bei Fatalis benutzen. Wie kriege ich das Gericht? Feline Sicherer. Was muss ich dafür tun, um das irgendwie freizuschalten? Kann mir das irgendwie jemand beantworten? Weil ich würde Fatalis echt schon gerne noch, bevor wir morgen Monster Hunter Rise rein starten. Ich würde den schon gerne platt hauen, Mann. Ey, Mann. Aber ja, Dankeschön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich würde jetzt sagen, viel Spaß mit der Folge. Wir gehen in die Arena gegen einen Forsthauer Barriott. Auch ein ziemlich cooles Monster. Da freue ich mich drauf. Lange, lange auch nicht mehr bekämpft. Ich würde sagen, bevor das Video jetzt losgeht, Däumchen hoch. Kostenloses Abo. Tut nicht weh. Ist wirklich kostenlos. Und hilf mir in dem Kanal so extrem kurz weiter. Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Morgen Monster Hunter Rise und 10.2. Hogwarts Legacy. Beide Games, auf die ich mich sehr, 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 sehr freue. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Forsthauer Barriott gegen Fippmann in der Arena. Let's go. Gut, gut, gut. Alter Hund, neuer Trick. Zeitlimit 50 Minuten. Die werden wir hoffentlich nicht brauchen gegen den kleinen Schlingelwutz. Ähm, ja, schöne Arena. Schöne Arena. Das Schlot zieht auch schon umher. Der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Wo, achten wir ein bisschen von hier mit seinen, mit seinen Reißzähnen, Fangzähnen da vorne. Ach, geil, Mann. Ach, geil. So, ein Lebensrettermantel drauf. Äh, ein Haufen Stein. Nein. Versuch den direkt zu wallbangen. Direkt zu wallbangen. Ah, hier vorne, ah, hier vorne kann ich sliden. Sliden. Oh, geil, 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 geil. Was ne Eröffnung. Was ne Eröffnung, Junge. Was willst du machen? Was willst du machen? Ist das dein Kopf? Nee, ah, ist das ein Flügel. Egal. Egal. Hab ich deinen Kopf kurz mal mit dem Flügel verwechselt? Warum nicht? So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber, mein Freundchen. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Hier ist das Spin to Win für den Arm abredestiniert. So, nächster Steinladung, nehmen wir direkt mit. Zack. So, jetzt ist es vorbei mit dem. Jetzt vorbei mit dem. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin jetzt hier weg. Komm her, komm her, komm her. Yes, komm her, yes. Was willst du machen, ne? What? Boah, so, die orangenen Dämonen Augen, ey. What? Ja, nice mount, mount, mount. Ich bin der Mount König. Haben wir ja bei der Theostra-Folge und der Lunastra-Folge schon gesehen. Bitte wieder in den Kopf, bitte wieder in den Kopf. Nice, Junge. Und da liegt auch schon Platz. Wie eine Führung. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Okay. Okay. Dann zweimal. So, diesmal treffe ich deinen Kopf, aber... Okay, Knockout. Perfekt. Oh, 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 oh. Oh, nicht richtig getroffen. Rutzmantel. Rutzmantel. Hier sind so ein Eisheiliger. Oh, nice, nice, nice. Ach, guck, das ist der Kopf schon gebrochen. Irgendwie beide Zähne sind schon ab. Irgendwie was willst du, du Heiniwurst. Ganz nix, ganz nix. Luli. Man muss das Monster mit Wörtern auch ein bisschen mit Trash Talk einfach niedermachen. Dann funktioniert es einfach grundlegend besser hier in Monstanta. Für mich persönlich auf jeden Fall. Einfach Trash Talken gegen das Monster. Boah, da wäre es geil gewesen, hätte ich den Mount bekommen durch den, äh, durch den Move. Ah, gut platziert, gut platziert. Hast du gut gemacht. Aha. Affinitätsschlittern hat komplett nachgelassen. What the fuck, warum das denn? Warum lässt das denn komplett nach? Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, da bin ich, oh, da bin ich böse erwischt. Ja, wir wirken mal kurz mit H0, wäre dagegen. Boah, nice. Knockout, knockout. Na, da ist das gestern Tode, ey, was das denn? By the way, hier in der Arena ist auch die doppelte Rajan-Quest, ne? Die gibt es einmal in Normal und dann einmal in Zornik. Ähm, ja, die steht auch noch auf mein Programm, glaube ich. Aber fatal ist ein Schlingelwurz, den würde ich schon gerne einfach echt nochmal platt machen, ey. Platt gebrochenen Teil, der nächste Knockout. Schöner Kampf. Schöner Kampf, schöne Arena. Feierlich. So, das nächste Mal, wenn sein Auge gelb ist, sagt er mir kurz Bescheid, liebe Freunde. Aboa, bäng ich den. Ah, das ist ein Drop, ich nehme seinen Drop. Okay. Ja. Wo ist denn das erste Hilfeset, Mann? Hahaha. Du kleiner Anti. Du kleiner Anti. Oh. Falt. Uff, was kommt der denn her? Was macht der denn? Wenn er da reingelaufen wäre, das wäre göttlich gewesen. Das wäre der beste, finde ich, aller Zeiten gewesen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, jetzt wird es so. Oh. Oh. Dead hat wir. Null wäre. Noch ein Medikett. Okay. Karma. Das ist alles gerade Karma, weil ich zu viel getrashed habe gegen ihn. Uff, 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 uff. In seinen letzten Zügen jetzt, ne? Jetzt packt er nochmal kurz all seine Energiereserven aus. Okay, er ist gelb. Er ist gelb. Null wäre. Ich mach dich mit dem Warbang platt. Ich mach dich mit dem Warbang platt. Keine Sorge, keine Sorge. Oh Gott, wir können doch gerne runtergehen, wenn du willst. Wir können doch gerne runtergehen. Manchmal frage ich mich, was die Klammerklaue einfach für ein Problem hat. Ja. Das war's. Das war's. Das überlebt er nicht. Okay, tu da doch. Das ist quasi ein Schlag noch. Das ist quasi ein Schlag noch. Mehr ist es nicht. Gut ausgewöhnlich. Hüff. Hä? Oooooohhhh. Ooooooh. Ooooooh. Okay. Kurz mal durchatmen. Null wäre. Und tschüss. Och komm schon, och komm schon Oh yes Dann eben mit dem Mount und dem Aufkleinangriff werden wir ihn vernichten Kriege ich jetzt auch wieder zwei Versuche oder Oh Okay, an den Kopf, an den Kopf, an den Kopf, bitte Und weiter So, das dürfte, also wenn der Aufkleinangriff jetzt in seinen Schädel rein Knallt, das dürfte er auf jeden Fall nicht mehr überleben Wie gesagt, der arme Kerl ist schon komplett am Ende, ey So, da ist der Aufkleinangriff, bin ich ihm Geile Jagd, geile Jagdmann 3 zu 1, was, sehen wir Der lebt immer noch Jetzt treffe ich den Urknall wieder nicht, ey Das ist doch wieder Du Wurstgesicht Du kleines Wurstgesicht Da haben wir dich Rückkehr zur Basis in einer Minute Geil Geiler Kampf Geiler Kampf, Mann Der wurde vernichtet Der stört Bergbrecherklaue Aha Hier in der Arena gibt es noch einen geilen Kampf Ein brodelnder Basel-Gäusel Ähm, den können wir uns eigentlich jetzt direkt noch mit hinterherstellen, oder? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, liebe Freunde, oder? Das ist ruinier gigantes Set Das sieht auch Das ist einfach nur absolut göttlich, Mann Absolut göttlich Wo ist die Menge, die mir hier zujubelt? Wo ist sie? Hä? Geil Auch diese Flaggen da Wahnsinn, Mann Wahnsinn Lila Weltbeste Farbe der Welt Warum ist das denn in Lila? Ist das normal? Ist das doch sonst immer in Gelb gewesen, oder nicht? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber was ich weiß ist Dass in der Zeit, wo wir jetzt die nächste Quest auswählen Genügend Zeit habt Dem Video einen Daumen auf den Daumen zu geben Ein kostenloses Abo da zu lassen Was mich extrem krass supporten würde Ey, wir haben sogar noch ein paar Gold bekommen Wie gesagt, Dankeschön für den ganzen Support vorab Und an jeden Einzelnen, der ja schon heftig supportet hat Ihr seid einfach absolut genial Dankeschön, dass es euch gibt Es macht so Spaß So Spaß mit euch in den Kommentaren Ja, vielen, vielen Dank einfach Mehr, 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 mehr als ein fettes Dankeschön Kann ich gerade aktuell nicht irgendwie ausdrücken Ähm, Quest bekannt machen Event Quest Wo war das denn jetzt hier? Wo war das denn jetzt hier? Hier diesen Ying Nebrachia Tigrex Das war es nicht Ähm Was ist das hier eigentlich? Wund mal Yin-Garuga Sagt mir quasi gar nichts Das sind die beiden Quests Ich meine einmal hier gegen den normalen Rajang Und den Zonning Rajang zweimal Es ist grausig Goldner Rathian auch geil Aber ich suche was anderes Ich suche den Welcher war es denn jetzt? Baselgeusel, genau Baselgeusel Brudelnde Baselgeusel sogar Nice Wie war nochmal der Spitzname für den? Irgendwas mit Teppichbomber oder so, ne? Irgendwie sowas Ähm Was ist das hier? Lebensstaub Nehme ich nochmal ein paar Zwei Stück mit Warum nicht? Dann, äh Happen Essen Und dann geht es aber auch schon rein Auf die wilde Jagd, ne? Mh Mit Punkten bezahlen Wie gesagt Schreibt gerne rein Wie das Gericht heißt Verdiene sich Rabid Beziehungsweise Das ist ja schon der Name Ähm Was man für Zutaten braucht Und wo ich die herkriege Weil ich würde es schon gerne Ich würde es so gerne Vor, vor Rise Morgen einfach platter und noch Das einfach da liegt Als Genugtuung Kommt der eigentlich irgendwann auch mal Ach ne Das ist die Arena Quest Kommt der eigentlich irgendwann in Rise Oder ist der exklusiv nur für Monster Tower World vorbehalten Die Bindern und so weiter brauche ich gar nicht Da gehen wir direkt so los Guten Tag Herr brudelnder Basel-Gäusel Hör mal wie ein T-Rex Hörte sich an Geil Oh der macht Schaden Er kann ja was An seine Kopf Ah Ja 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 Er ist schon halbtot einfach Schon halbtot Rein nur mit der Klammer klauen Stark Der sieht so cool aus mit seinem Gästen So ein Riesenkörper Und es hat so ein kleines Gesicht Schade nicht getroffen Hier lagen ein paar Matts Okay Basel-Gäusel-Hartklaue Ist das mit dem los? Oh Junge Ja genau damit habe ich gerechnet Dass er sich irgendwie ein bisschen umdreht Und nicht an seinen Kopf Dann kam er Und jetzt kam ich tatsächlich auch noch So Da liegt er Seine Bomberkapseln unter seinem Kinn Sind schon weg Und er winselt Er winselt So Und jetzt Schnell noch so lange gelb ist Und ich mein Trutzmattel am Start habe Würde ich den gerne nochmal Schnell wallbreak Nice Das lief gut Das lief gut Na Leider nicht im Kopf Leider nicht im Kopf getroffen Oder doch Okay Das ist da angenockt Angenockt Angezählt Jetzt schnell ran Ach okay Dann hätte er Eventuell komplett fahren können Ran Sehr schön Sehr schön Sehr schön Was liegt das? Kopf ist aufgeweicht U-Knall Ach schade Schade Das ist das Problem bei dem U-Knall Meistens der letzte Schlag trifft nicht so richtig Okay Aber der Kampf läuft ziemlich ziemlich gut gerade Nächster Knockout oder? Leider nicht Okay Drachensperr Müsste jetzt gleich auch am Start sein Und das war doof Gerade voll benommen irgendwie Das lag ungeil Aber er hat sogar noch einen Knockout bekommen Geil Mann War das jetzt durch die Explosion Seine eigenen Kapsel da oder? Oh Freunde Oh Freunde Mann Ich erlebe es so da Man ist weg Wo ist das? Das Medikid hier Genau das hier Perfekt ausgewicht Ein bisschen besser kann man es nicht machen Und jetzt mal auf die rüber Knockouts Knockout Was ist hier los? Was ist hier los? Alten Verwalter Irgendwer wird er zerstört Okay Auch wer ist gelb? Oh ich wollte gerade Dingswuchs machen Ich wollte gerade den Warbang machen Okay Also wie gesagt Ich verstehe es manchmal wirklich einfach nicht Warum es nicht funktioniert Ach Mann In seinen Arsch rein ey Mann Ich brauche noch ein paar Steine schnell Äh Steine 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 Da geht mir die Booster aus Oh das trifft Das trifft Yes Junge Das erste Mal ey Wie oft waren wir jetzt hier in der Arena Zehnmal Und das erste Mal trifft Dieser verdammte Stein Hauft noch das Monster Da liegt sein Drop Nice Kann ich jetzt eventuell noch Schädling Warbang machen Bevor er wieder in die wütende Phase geht Fuck der ist der Also Krank Er ist gerade einfach nur krank was ich hier mit dem anstelle ey Der steht vom Knockout auf Habt ihr das gesehen? Der steht vom Knockout auf Und der letzte Uhrknallschlag haut den direkt wieder in den nächsten Knockout rein Vielen Dank Und da liegt es auch Sein nächster Drop schon Und wieder Knockout Und wieder Knockout Also Freunde ey Daumen hoch kostet uns aber alleine für diese Für diese Performance hier Wie wir den Basel Brunnen in Basel Goldsee gerne am Am zerstören Am auslöchten sind Am auslöchten Gibt es ein krasseres Wort als auslöchten? Ich weiß es nicht Alter Schwede Holy Shit Mann Richtig geile Runde Richtig geile Runde Okay Der Drachenspiel ist auch noch einsatzbereit Ja geil Okay 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 Der hat mich auch getroffen Bombenerkapseln Knockout Ich weiß schon gar nicht mehr wie viel das jetzt hier gerade ist Aber es ist einfach krank Es ist einfach krank ey Was war das bitte Was war das bitte hier Der war eine Pfanne Der war eine zerstört Geil Geil Wahnsinn Boah Frosthau Barriott Geil Und der Bruder Und der Bruder Einfach auch Geile Runde Geiles Hähnchen heute Wahnsinn 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 Ähm Ja Wenn ich jetzt in dem Mode gerade aktuell unterwegs bin Vielleicht habe ich ein Fatales auch mit 3 Ohrmächten So wie es eigentlich auch vorgesehen ist für die Quest Ich weiß es nicht Ähm Ja egal Werden wir sehen Werden wir sehen liebe Freunde Dankeschön dass du da warst Vielen vielen Dank für deinen Erfengeilen Support Würde mich freuen Wenn du jetzt auf meinem Bild hier In das Profil bitte einmal drauf klickst Mir ein kostenloses Abo da lässt Dem Video einen Daumen hoch gibst Würde mich extrem krass supporten Und den Kanal mega geil unterstützen Aktiviere auf jeden Fall die Glocke Morgen geht es los mit Monster Race Und 10.2. Hogwarts Legacy Darfst du nicht verpassen Danke dass du da warst Mach dir einen schönen Tag Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao mit V